Hochleistungskomputer, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit auf der Computex 2023. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni findet im Taipeer Nangang Exhibition Center die Computex 2023 statt. Die Ausstellung konzentriert sich laut Taitra, Taiwans Außenhandelsrat, auf Hochleistungskomputer, Anwendungen der künstlichen Intelligenz, Konnektivität der nächsten Generation, Hyperrealität, Innovation und Start-ups. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist beim Gang über die Messe allgegenwärtig. Außerdem fällt der Besucherandrang bei der Computex 2023 auf, vielleicht sogar mehr als man bei der ersten Ausgabe nach der Covid-Pandemie erwartet hat, die Vertreter der Taitra sagten. Wie einige Aussteller erklärten, sei aber die Anzahl ausländischer Besucher noch etwas niedrig. Neben der Ausstellung hat Taitra auch eine Reihe von Vorträgen und Foren organisiert, in denen CEOs und Leitende Angestellte von globalen Tech-Giganten ihre Erkenntnisse zu Schlüsselthemen der Branchen teilen. Außerdem wurden auch dieses Jahr in verschiedenen Kategorien die besten Produkte ausgezeichnet. Yilong Huang, Radio Taiwan International Kategorien 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 Untertitelung des ZDF, 2020